Hey Leute und willkommen zurück zu Spellstone. Es ist bei mir jetzt halb vier am nachtmittag also früher als bei euch wenn ihr das video seht wir gehen in den guild clash läuft bei uns gerade nicht so geil weil es sind ein paar leute ich habe da schon gesagt es haben viele aufgehört zu spielen leider hat es auch uns anscheinend betroffen haben wir natürlich davor die rennen kann ja keiner vorher sagen ist anscheinend schwer vorher den mund aufzumachen mindestens vier spieler werden uns verlassen punkte diskussion ohne irgendwas mindestens vier spieler verlassen uns wir sind zurzeit nur 49 von 50 das heißt nach dem guild clash also in 51 stunden und 30 minuten bei mir sind fünf plätze mindestens mindestens bei den wehrhasen frei das heißt wenn ihr zum beispiel bei der win spieler seit lang 17 18 oder ihr seid free to play spieler die schon lange spielen dann bewerbt euch gerne unter jedem video jetzt unter diesem unter dem morgen und unter dem montags abschluss video bei allen drei könnt ihr euch natürlich bewerben bei uns kommt zu den wehrhasen werdet teil von uns und ja lasst uns wieder nach vorne kommen die ganzen ausfälle wir waren ja letztens da hatten wir schon ausfälle und da war es also im gilber rang 15 12 10 11 12 12 wir waren immer gut wir werden wieder gut sein brauchen neue mitglieder die auch bock haben auf das spiel also bewerbt euch gerne bei den wehrhasen einfach in die kommentare schreiben hat einfach rein wir sehen es mal kurze an wir spielen noch immer gegen rang 11 ist ein bisschen nervig ich glaube nicht dass das hier selber spielen muss ihr wisst ihr wie das ist ein bisschen auto bleibt durch klicken die klicken bis es spannend wird ich glaube es ab 180 sterne wurde es immer schwer erst schwerer wenn man selber spielt ich glaube 180 sterne war jetzt wir sind immer rang 12 zum beispiel jetzt hier ohne gilde waren 12 ohne gilda ja das heißt mal gar nichts der will make right gutes spiel nachgekopiert ok wie meine gilde nie nach dem spiel benennen rang 12 wieder wenn es mal durchklicken denn ich muss ja immer eine ergie verbraten rang 13 mit einem froschhelden hoffe das klappt ja geht noch sehr schön einmal hier schnell durchklicken rang 13 wieder irgendeine gilde kenne ich nicht und ich glaube bei ob das spielt nicht weil du ist religion wird auch nach dem event wieder was frei gesagt zu viele hören auf das geht einem richtig hart auf die nerven das soll das spiel nicht einfach weggewerfen sondern ein bisschen abwarten bisschen chillen macht autoplayer hat wie gesagt gilt einfach die entwickler werden reagieren müssen das ist auch keine angst um das spiel abnippen oder irgendwas 16 schon immerhin aber mit aria und ohne gilde wird kein problem sehr keine energie mehr hat uns hoffentlich ein bisschen nach vorne gebracht sieht man ja nicht direkt sind ein bisschen abgeschlagen rang 22 jetzt sehr schön gleich mit spiel trinko servis ja also wenn so mindestens vier spieler komplett ausfallen und andere sehr sehr halbherzig spielen wird halt ziemlich schwer im event aber wie gesagt bewerbt euch gerne damit wir wieder vorne mitmischen können jetzt gehen wir ein bisschen die arena würde ich sagen also ja gilt gleich wir sind leider noch nicht spannend ich hoffe morgen wieder spannend und wir kriegen jetzt immer ein paar kistchen obwohl die arena mir hat am sack geht aber wir brauchen die kisten trotzdem selbst wenn ich in gold abfall egal ab sache kisten wir spielen gegen platin 2 ok ebenwürdig platin 2 gegen platin 2 wenn er mal spielen würde weil ich gerade über der kursiv 4 nicht sogar nicht so geil wenn ich keine skiller habe wenn ich kein vulkanus habe ich nur mit blödsinn startet wird das wäre jetzt gleich direkt der dora spielen wollte ich sagen 19 leben wir machen neuen vergeltung nicht egal besser ist gar keinen schaden zu bursa wir freuen ein noch schöner noch schöner das war gut prinzipiell bringt uns gar nichts aber immerhin mal zurück unser leben abschöpft kringer hart versengen und vergiften ihr wisst ja versengen ist hier mal zwei mal also bis hier nicht in arena hoppla im gilt war im gilt clash nicht vergessen versengen ist 50 prozent stärker nicht vergessen leute und epik ohne drin ja auch hier drin heilen gibt mächtigen genau den eingefroren aber das tut weh muss ich den hinsetzen immerhin haben wir auch was die karte ist schon stark muss man sagen wir mit dem vergiften und versengen gute karte habe ich nur leider nicht vielfach ich habe sich dreimal ich habe drei mal ja gg das war schon mal wieder nicht er hat echt gut starten hat man unterschätzt diese froschkarten aber es gibt noch viel schlimmere den hat er zum glück nicht diesen lack aber doch gut gute frösche froschkarten ihr wisst ich habe keine froschkiste geöffnet bin es hart im nachteil merke ich weil jetzt kommt dann der mecha pg auch noch da werden die frösche noch besser mit schwer phoenix auch ihr im platin 2 ich habe schon leute im platin 3 gesehen von denen und so weiter es geht ihnen nicht so geil aber da muss man durch man braucht die kisten irgendwie nach komm schon das ist das für ein start immer den damit einmal kein baller kriegt okay er kriegt wahl aber wahrscheinlich doch da wenn wir weil wir in schwächen werden nicht sogar nicht sogar beim wahlort 9 ja wir haben geschwächt nicht gut der herr kevin ich habe nicht ich habe nichts hingegen zu setzen vergiften 9 er vergiften hat sie verbessert der vergiften ist der vergiften steckt nicht dass wir uns abblech kriegen wir trotzdem nicht mehr vergiften hat von diesen die leute schon wieder verloren egal egal nicht auftritt einfach weiter auch interessant wie er mit so insekten und so spielten und goblins der packt auch komplett auf die ganzen pg ist und schon eine spielkarte dabei müsste ich nach mystik narex ist halt schon geil da steht es auch durch versengen aber leider dann wird da unsere karte mit dem trot reißen ziemlich umgehalten er sagt fünf nerven oder verzeugt die karte ist schon geil der hätte ich auch die für sehr chronik geben auf jeden fall er hätte ich die karte gegeben schon geil aber mit einem leben und ist noch 17 attack ist echt eine coole karte krass ich mag so was ich mag so was überraschend ist ja das wird nichts mehr das stimmt jetzt zwar schon 22 geteckt eine nuller verzögerung ist schon cool muss man sagen und er hat sehr viel auf gift muss ich so ist auch eine geile idee ich bin das schon aus einem grundspiel ich gerne rieder und zwar man sieht immer neue deck ideen von gegnern der spieler komplett komische sachen mit goblins und so weiter die ganze zeit insekten ganz ganz merkwürdig redet was ein nicht werden unsichtbarkeit getroffen ist ja schon gemacht spieler warum schießt du für sich mal geht es gibt ja auch aber den kann aber auch räumen nicht verloren aber sind hart am kämpfen ich hätte schon gedacht der kampf endet früher und ich wollte schon fast aufgeben doch ja ich wollte nicht den nicht gut ja dann leckt uns zu tode jetzt haben wir es doch verloren schauen aber es war kurz knapp 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 3 auch nicht schlimm wie gesagt macht ja nichts schade dass der kill clash anfangs immer so langweilig ist also man kann freitag samstag das ist alles autoplay tag ich wünsche dir ändern da irgendwas wenn man nur sonntagnachmittag bzw montag damals wirklich sich bemühen muss und anstrengend in einem gegen event schon langweilige gilt war zum beispiel beginnt er gleich direkt hart am solo clash ist genauso langweilig ebenso der anfang ist immer zu langsame cool man da schon vorigen vorentscheid hätte oder irgendwas last link so auch nicht so schlecht das macht ja ein blatt in drei mal was mache ich im blatt in drei leute wir kriegen das schon hin was eingefrorens kinder eingefahren sehr schön weil sonst hat der blitz 35 jetzt noch mehr schaden gemacht aber hier liegt verhexen alle drei verhexen alle drei und dann blitz alle fünf gratulieren wir können auch nichts töten aber mal glück haben das richtige eintreten wieder aber nicht schlecht aber auch nicht gut wo ist mein asari und ich habe es auch irgendwie zurzeit schon aufgegeben ein neues deck zu bauen ich lasse es mal alles so wie es ist kriegen jetzt sachen da und ja das ist gar nicht so schlecht nimble lieb war wird uns aber leider den kill sein ermächtigen sind echt geil ich würde aber eher der mächtigen ohne geben eine impuls ohne warum hatte den keine inbrunst auch nicht los hat gilt uns den nächsten außer ermächtigt blackfin das war jetzt geil mit der mächtigen blackfin nein sich selbst es ist schon egoist dieser scharkstürmer okay und zwei davon ich kriege ihn gerade einmal vierfach wenn ich will ihn bauen aber will ich nicht mehr will ich nicht mehr oder ich habe schon so viel aufgenommen wenn ihr wüsstet wie viel ich heute schon aufgenommen habe das ist ein samstag so muss das sein alles für die wehrmöchen ein leben überlebt habe ich das hasse jetzt stirbt er wahrscheinlich nicht was ich nicht so gut sehr spät azarien sehr immer weg die haben dabei auch selber aber gleich am sängen genau aber das sieht gut aus dass sie noch das denken film das sieht doch nach gut aus der anfang war echt scheiße jetzt wird es doch wieder gut ja so aufgeben haben wir da aufgestiegen dieses hin und her immerhin immerhin ich will noch eine kiste mit in ccp ist doch auch eine gute gilde auch platin 3 schon krass und vielleicht man hier abfällt aber wie gesagt bloß nicht aufhören zu spielen sollte einfach durch chillen bis nur aber bei den events bei den gegen events will ich mitmachen weil das geht gar nicht wenn es die ganze geht es sich auf euch verlässt und dann spielt kein schwein es ist nicht gut wie gesagt mindestens mindestens fünf plätze werden bei uns frei bewertet euch gerne ab weil zu wien rang 17 18 oder da von mir sagt 16 und lange spielt free to play 17 18 und so weiter bewertet euch sehr gerne bei uns ihr wisst nicht antwort dem auf jeden kommentar hat war jetzt geil muss ich sagen das war jetzt leider stelle auf dem im arsch aber das war geil da gibt es noch eine kiste was überleute was will man mehr im shop gibt es glaube ich nichts neues gestern die kiste kennen wir schon das interessiert keinen da kann man ziehen jetzt glaube ich auch nichts mehr da rieber noch mal ob sie die haben die zwei haben so ein geiles bild schon krass ja sonst gibt es ja auch nichts neues ja leute und ich sagen das war es mal für heute wie gesagt bewerbt euch sehr gerne bei uns wir brauchen recht dringend aktive neue spieler also haut in die kommentare wenn es euch gefallen hat lasten daumen nach oben da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt natürlich ein abo hier lassen oder es nicht vergessen kann darf schaut gerne bei hartstone vorbei bei rentals monday bei fortnight battle royale und was ich noch spiele ich spiele so viel also schaut vorbei ihr werdet auf jeden fall einen spaß haben auf meinem kanal und leute ja viel spaß